Hallo, hier ist euer Robobox28 und ich mache jetzt ein kleines Video, wie man ein YouTube-Background auf YouTube hochlädt, weil das paar Leute nicht wissen, wie das geht. Dann hat man hier die Kanal-Optionen auf Kanaleinstellungen. Dann geht man auf Hintergrund, die maximale Datengröße ist 1 MB. Dann auch auf Datei auswählen, dann sucht ihr einfach mal ihr Bild raus. Dann müssen wir schnell warten, weil das Bild uploadet. So, das ist jetzt im Vorzeigemodus. Dann könnt ihr das Ganze gespeichert wieder auf Fertig gehen. Nachher ist es fertig und dann habt ihr euer YouTube-Background auf YouTube. Das war euer Robobox28 mit einer ganz kleinen Hilfe, wie ihr an meinen YouTube-Background hochlägt. So, bye bye, schönen Tag noch. So, unita variety ist oder so auf, wie ihr ihr wirklich hier Others? So, ihr habt ihr das Video-Trich?